Herzlich Willkommen Leute, heute wollte ich etwas ansprechen und zwar Kommentare, die ich unter bestimmten Videos gekriegt habe. Und zwar einmal ist das das Video über das Einkaufen. Wie immer, ihr wisst ja, ich habe Probleme mit meinen Einkaufsvideos, deswegen mache ich die auch nicht mehr. Das war jetzt wieder so eine Ausnahme, weil da immer Gemecker kommt. Vor allem das, was Plastik angeht und so. Also immer das Gleiche, aber wie auch immer, in diesem Video soll es darum gehen, dass es Leute gibt, die diese ganze Sache mit der Ernährung sehr, sehr, sehr extrem nehmen. Und schon in einen Bereich abrutschen, wo es meiner Meinung nach nicht mehr gesund ist. Ja, und zwar habe ich jetzt zum Beispiel unter dem Subway Video, wo ich Subway probiert habe, das Sandwich, habe ich Kommentare gekriegt. Ja, was ist hier mit dem Brot? Ja, das ist Weißmehl. Ja, was ist mit dem Brot? Da ist Öl drin. Ja, was ist mit der Soße? Da sind irgendwelche Chemikalien drin. Und dann in meinem Einkaufsvideo kamen Kommentare, ja, ich sehe da bei dir Senf. Ja, in Senf ist Essig drin. Ja, und du bist ja gegen Essig. Ja, und dann hat das nicht nur eine Person geschrieben, sondern mehrere Personen geschrieben. Und da dachte ich mir auch so wieder, oh mein Gott. Ja, Leute, ja, ich werde euch hier ein Video verlinken, ganz wichtig, unten. Da sage ich mal, wie das mit dem Strengsein, ja, im Veganismus. Das Video ist sehr, sehr gut angekommen. Übrigens, da haben sich sehr, sehr viele Leute bedankt dafür, dass ich denen so ein bisschen den Druck von den Schultern genommen habe, ja, was vegane Ernährung angeht. Und hier will ich nochmal das Gleiche machen, aber in Bezug auf diese Kommentare, wie man im Deutschen so schön sagt, zieh dir den Stock aus dem Arsch. Ja, und ganz genau, und das trifft auch auf diese Kommentare zu. Ich habe die komplett unkommentiert gelassen, weil ich denen das natürlich nicht schreiben will. Aber Leute, so ein Verhalten, ja, dass man so extrem darauf reagiert, ja, dass man irgendwie, irgendwie bei einem Einkaufsvideo irgendwas raussucht, sich rauspickt. Ja, aber da ist Essig drin oder Öl drin, ja. Entspannt euch mal. Ihr müsst leben, versteht ihr das? Ich bin hier ein Zeigeschild für den Veganismus und ich muss es den Leuten schmackhaft machen. Ja, du kannst den Leuten nicht ein Video zeigen, wo du irgendwie Kartoffeln isst und nicht einfach so nur Kartoffeln. Man muss das den Leuten schmackhaft machen, damit sie zum Veganismus rübergehen. Ja, man muss ein bisschen locker sein bei der ganzen Sache. Ja, Leute, die schreiben, ja, du hast Senf, ja, man kann keinen Senf mehr kaufen, weil der Essig drin ist. Du darfst nicht mehr hier sowas Veganes probieren, veganes Sandwich von außerhalb, ja, nur selber machen. Und diese ganzen Leute, ja, die versteifen sich so extrem in dieser ganzen Sache, dass die überhaupt nicht mehr, die sind einfach nicht mehr locker, ja. Die können nicht mehr locker lassen. Und das ist nicht normal. Wenn du zu deinen Eltern gehst und deine Eltern haben dir irgendwas gekocht, deine Mutter hat dir einen Kuchen gemacht und da ist ein Esslöffel Kokosöl drin, ein veganer Kuchen natürlich. Ja, und dann sagst du, ja, kann ich nicht essen. Ja, esse ich nicht. Das war's. Kann ich nicht essen. Vorbei. Dann hast du eine Essstörung. Ja, auch ganz genau das wie mit dem Senf oder da in deinem Sandwich, da ist Öl drin oder sowas. Für mich hört sich das wie eine Essstörung an, weil das ist nicht mehr normal, ja, dass man da so wirklich so pingelig ist, ja. Punkt Nummer eins, das sind absolute Ausnahmen, die ich mache. Ich habe mir dieses Sandwich gegönnt. Okay, ich habe es mir jetzt schon ein paar Mal gegönnt. Ja, vielleicht einmal im Monat habe ich mir so ein Sandwich gegönnt, ja. Wo irgendwie ein Tropfen Öl im Brot vielleicht ist, ja. Weißmehl ist. Juckt niemanden, dass das Weißmehl ist. Es sind einfach nur Kohlenhydrate, ja. Und in der Soße sind irgendwelche Chemikalien. Oh, wie schlimm, wenn man sowas einmal pro Monat isst. Okay, genau die gleiche Sache. Ich habe mir jetzt Senf gekauft. Ich kaufe so eine Packung Senf vielleicht einmal im Jahr. Ja, ja. Jetzt darf ich mir keine Packung Senf kaufen, wenn ich übelst Bock drauf habe, weil dort Essig drin ist. Really? Wisst ihr, wie man sowas nennt? Eine Essstörung. Das ist eine Essstörung. Ganz genau, das ist eine Essstörung. Ja, wenn man wirklich schon anfängt, sich so, du siehst irgendwas, deine Mutter hat dir irgendwas gemacht, da ist ein Tropfen Essig drin, ja. Im Salat oder sowas. Und bei dir dreht sich schon der Magen um, wie kann man das jetzt essen? Das ist ja Gift. Das ist ja, oh mein Gott. Das ist nicht normal, ja. Und ich werde auch weiter, vor allem wenn ich in Deutschland bin, werde ich weiter solche Videos machen, wo ich irgendwelche vegane Sachen probiere oder sowas. Ja, vegane Ersatzprodukte, Burger oder sowas. Ja, ich habe zum Beispiel einen veganen Burger gegessen, bevor ich hier hingekommen bin. Und da will ich einen Geschmackstest machen. Und ich werde noch andere Geschmackstests machen, einfach um Leute zum Veganismus zu bringen und denen zu zeigen, hier, es gibt Alternativen, es gibt Burger, es gibt vegane Pizzen, es gibt vegane Aufläufe, vegane Döner, was auch immer du willst, ja. Um das den Leuten schmackhaft zu machen. Und da muss man nicht so extrem werden, ja. Dass man wirklich sagt, du darfst gar nichts mehr nicht mal anrühren, du darfst nie wieder Senf kaufen und so, ja. Was soll das? Das ist doch völliger Unsinn, ja. Das ist völliger Blödsinn, Leute. Natürlich ist es besser, sowas nie zu benutzen. Aber ich habe ja eine andere Aufgabe als ihr. Ihr könnt immer alles perfekt machen, wenn ihr wollt, ja. Aber ich muss den Leuten das irgendwie schmackhaft machen, ja. Den Nicht-Veganern zeigen, hier sowas gibt es, das schmeckt gut und so weiter, ja. Deswegen mache ich sowas, will den Leuten sowas präsentieren und dann, ne, muss man sich solche Sachen anhören. Ja, wenn eine Person immer weiter sowas schreibt, dann so und so findet man eine ganz andere Lösung dafür. Weil, wie gesagt, dieses Rumgeheule, ne, das ist einfach nur eklig, ja. Von daher, ähm, bitte unterlasst diese Kommentare, ja. Und macht euch mal ein bisschen locker bei der ganzen Sache, ja. Ein bisschen locker machen. Nicht so streng sein. Und guckt euch das Video an, das ich schon mal über streng sein gemacht habe. Ganz, ganz wichtig. Alright, Leute. Von daher, ne, nicht verzagen. Ein bisschen, ein bisschen, wie gesagt, die Sache locker angehen. Stock aus dem Arsch nehmen. Ja, wie man so schön sagt. Ist einfach so, Leute, ne. Ist so. Ihr wisst es. Ihr wisst es, ne. Nicht so alles immer so eng sehen, engstirnig. Mal ein bisschen locker lassen. Alright. Von daher, Leute, sehen uns beim nächsten Video. Peace. 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 Vielen Dank.